Okay sollte zu schaffen sein Achso, ja okay, ich weiß wie Nein, den nicht dahin den auf jeden Fall sooo Ja, du nervst da grad ein bisschen, sooo Oh, und sooo, da und da Jetzt haben wir's bald Fast, gleich geschafft So, und den in die Mitte Me has one, cool Wo sollen wir zuerst lang gehen? Ich geh mal hier zuerst lang Eine tolle Mantel Toll Ich wollt schon immer mal einen Mantel haben Da bringt mir genau was Ein Nicker-Winter-Mantel Okay, mal eher hier gucken Kann der? Nein Doch Nein Sie kann ihn nur ausfällen Ah, okay, den nehmen wir Der Typ hat zwar gesagt, dass Minirok besser sein würde für sie Aber egal Wir hören ja nicht auf alte Männer Denn sie haben meistens keine Ahnung von der Jugend und so ein Scheiß Okay, wer ist das? Ah, diese Teile, okay Der habt Wieso kann man die nicht verschieben? Hä, was soll das? Man kann die nicht verschieben Hä? Was soll das? Super Hä? Super Muss ich schon wieder in die Komplettlösung gucken, oder was? Weiß schon wieder nicht weiterkommen, was soll das? Ja, so beißen und so Ja, stirb So Hä, sind das gehen? Oh, ich hab's Ja, ich hab's Dam, 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 dam , dam, 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 so Okay, Rainer Schlauern, so nachher Und doch ist er aus wie Tolf Scheiße, wie viele Schossen gibt es denn noch? Teleport ist immer toll ach so ein Thema ist wo wir den Stein dann draufgestellt haben und teleportieren wir uns dann hin ah Steintopf meine ich wo teleportieren wir uns jetzt hin oh äh ok ok das war ja nett Wunder Frucht was bitte ist was Wunder Frucht nach und vor Kapsel Monster sie kein überraschende Nebenwirkungen haben oh ja also kann man so wir sind unter Kapsel monster mitteilen warum heißt die Kapsel Monster sie aus nachüsseln aber wenn es da moment stehen da drauf in vier verschiedene räume wirst du gelangen sind die die position der schalter wohlgesonnen reimt sich total so vielleicht geht das ja auch wenn man nahe gehen okay vielleicht müssen wir zuerst das einbauen wird es natürlich von uns wegläuft erledigen scheiße ich glaub das müssen wir erledigen das das läuft genau in die gegengesetzte richtung wo wir hingehen also muss man irgendwie leben oder so ja so ein komisches teil okay machen wir später habe ich jetzt keine lust drauf kapiere ich jetzt aber nicht so mal daran sieht nicht aus die tür ist ich wusste dass wir die monster zuerst hola so und du noch kommen so die tür ist offen okay das geht gar nicht man kann ja nicht wegschieben das geht nicht die kill ich sehe jetzt keinen unterschied nö okay das geht also nicht genauso sind frei wie das mit der stadt mit dem stadt so was ist hier drin ein monster oder drei monster was das das ist ja das ist toll dann gibt es wahrscheinlich einen weg da hin aber wie soll ich auf die stadt gehen das ist ja das ist ja das ist ja das hatte ich hier ist ja das ist ja das ist ja sehr davon damit dir der Eierdrache einen Wunsch erfüllt Unsterblichkeit dann sagen wir am besten acht davon aber oh man ich hab's gesehen da war eine Tür und bringt die uns das ist super ja das ist genauso so ein Feuerwehr von da genau so wenig machen können ach was mache ich denn Scheiße hier wollte ich lang ja das ist super das ist super das ist toll dass du mir das jetzt sagst Moment mal was passiert jetzt wo ich jetzt telefoniert okay ergibt Sinn okay als nächstes müssen wir auf jeden Fall hier hin das da drauf so jetzt können wir hier wieder zurück und ich glaub hier war das noch war das hier nein war es nicht gut dann war es da ich bin sicher dass es hier war ne das war doch nicht hier was war das ne Moment das war doch halt nicht hier ach so ja klar hier war es so dann werden wir von einem Einhorn an oder von zweihörnern oder wie gesagt zwei Hörnern von einem Zweihorn oh untergeschotzt fünf ich will mir noch die Steinterflankung Untergrundgewässer nicht betreten wäre besser ha 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 hä dort Chris die beiden Schurken ihr da stehen bleiben fast hättest du uns gehabt doch du hättest hier nicht runterspringen sollen warte nur ha Überraschung mit solchen Tricks hast du hier wohl nicht gerechnet was was sollen wir nur tun Chris seid ihr bereit für eine kleine Dusche das Wasser ist bereits unterwegs jetzt Boris alles klar Chef Idioten was für Spinner sind die jetzt tot oder wo sind die jetzt hin hierauf kann ich auch nicht hä ach so hier lang okay hier gibt's schon einen Sinn irgendwie Chris dort die Krone sie müssen sie verloren haben als das Wasser sie erwischt hat was wohl aus ihnen geworden ist keine Ahnung